Hallo, ich bin der Marc und das sind meine Kollegen Ralf und Thomas und wir sind bei Viscotec für die Softwareentwicklung zuständig. Unsere tägliche Arbeit lässt sich mit folgendem Satz sehr gut beschreiben. Von der Idee über die Implementierung bis hin zum fertigen Gerät. Auf diese spannende Reise möchten wir euch gerne mitnehmen. Als Softwareentwickler ist es wichtig, Programmiersprachen wie C und C++ zu beherrschen und auch Qt, QML sowie HTML, CSS und JavaScript solltest du schon einmal gehört haben. Nach der Entwicklung und Implementierung wird getestet. Hier kommt unsere eigene Testumgebung zum Einsatz. Dort prüfen wir unter anderem das User-Interface für unsere Geräte und Anlagenterminals. Im nächsten Schritt werden die Testergebnisse dokumentiert. Natürlich beschäftigen wir uns nicht nur mit aktuellen Produktentwicklungen. Wir schauen auch gespannt in die Zukunft und freuen uns immer über neue innovative Technologieprojekte, die an uns herangetragen werden. Wenn du unser Team unterstützen willst, bewirb dich als Junior Softwareentwickler bei Viscotec. Wir haben noch einen Platz für dich frei. Du hast ihn krecin Natale horizontal mentors. Wir haben noch einen Cast ή clase.